Hallo und herzlich willkommen bei Frauchen gesucht im Tierheim Gießen. Ich möchte Ihnen heute Barry vorstellen. Ich kenne den kleinen Knirps auch noch nicht so gut. Ich habe ihn jetzt erst zum dritten Mal gesehen. Er kann noch nicht so viel, weil er hatte natürlich noch keine Zeit bei uns viel zu lernen. Solche kleinen Hunde, solche jungen Hunde werden oft wegen Überforderung abgegeben. Man merkt dann doch, wenn der Alltag bewältigt werden muss, dass es gar nicht so einfach ist, so einen Jungspund, der lebendig, fröhlich und arbeitswillig ist, noch nebenbei zu beschäftigen. Und genau vor diesem Problem stehen wir jetzt. Wir haben aber jetzt einen neuen Hundebegleiter für ihn gefunden, der mit ihm in die Hundeschule kommt und das Hunde-1-1 ihm beibringen möchte. Es zeigt sich, dass er sehr aufmerksam Menschen gegenüber ist und leichtführig. Ich denke, dass er also in kürzester Zeit das Hunde-1-1 lernen kann und sich sicherlich auch für sportliche Betätigungen eignet. Barry ist auch hundeverträglich und mag Wasser auch recht gerne. Ich denke, dass sie viel Freude mit dem jungen Hund haben. Und er ist noch so formbar, dass man noch vieles mit ihm machen kann. Ich wünsche mir, dass der junge Hund nicht lange auf ein Zuhause warten muss. Ich würde mich freuen, wenn Sie bald möglichst anrufen, eine Mail schicken oder einfach Freitag bis Sonntag bei uns im Tierheim zwischen 15 und 18 Uhr hereinschauen. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.